Was ist bloß bei Oana Nechiti und Erich Klan los? Nach ihrem Aus bei Let's Dance konzentrieren sich die ehemaligen Profitänzer vor allem auf ihr Leben abseits des Schaugeschäfts. Das Paar leitet in Paderborn und Bielefeld jeweils eigene Tanzschulen. Bei Instagram meldete sich die 36-Jährige aber nun mit einem beunruhigenden Statement zu Wort und deutete an, dass sie und ihr Liebster aktuell keine einfache Zeit durchmachen. Schon vor einigen Wochen hatte sie enthüllt, dass sie und der Vater ihrer beiden Söhne gerade eine schwierige Zeit durchmachen würden. Nun gab ein Update. Vorab entschuldigte sie sich bei ihren Followern, dass sie sich so lange nicht mehr gemeldet hat und erklärte dann, ich mache es kurz. Das, was ich mit Erich in der letzten Zeit erlebe, wir erlebt haben und weiterhin erleben, ist buchreif, es ist filmreif, so Oana. Ohne ins Detail zu gehen, was genau bei ihr und Erich los ist, erklärte sie weiter. Vielleicht kommt irgendwann der Tag, wo wir unsere Geschichte mal niederschreiben und uns ein bisschen in unser Leben, in unsere Geschichte mitnehmen. Aber es ist einfach unfassbar, dass so viel in einem Leben passieren kann innerhalb von sechs Monaten. Außerdem erklärte Oana Nechiti sichtlich bewegt. Ich finde selber keine Worte dafür, weil es alles noch frisch und sehr aktuell ist. Man braucht immer ein bisschen Zeit, um manche Dinge zu verdaulen und zu verarbeiten. Noch sei die Zeit nicht reif, um Details zu erzählen, so die Ex-Let's Dance Beauty weiter. Abschließend entschuldigte sie sich außerdem bei einigen Kooperationspartnern und bedankte sich für die Geduld. Wir suchen uns gerade echt nicht aus, so viel Privates zu erleben.